Ach ja, ein Sternenhimmel. So. Jui! Ah, ah, ich bin übrigens bald auf Klassenfahrt. Äh, heißt, also entweder seht ihr das Video überhaupt noch nicht, bis ich wieder von der Klassenfahrt zurück bin, oder ihr seht es, ich denke mal eher ihr seht es. Ähm, ja, weil, ne, Klassenfahrt und so. Au! Äh, die Klassenfahrt dauert, glaub ich, vier Tage. Das ist an der Nordsee, so in der Art, keine Ahnung mehr so genau, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freuen soll. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich denke aber mal schon. Warte, 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 warte. Ich hoffe, es hat sich nicht wiederholt. Ne, hat es nicht. So. Es dauert einfach so lange. Elf. Immer noch nicht genug für meine Hütte. Eine Kuh. Eine Kuh. Wow. Was? Wo? Ne. Okay. Also das da ist wohl eine Strandhütte. Ja. Wir werden später noch mit äußeren Holzblöcken ein wenig verschönern. Davor erst brauche ich hier einen schönen Grund was. Naja, irgendwie... Dumm, wenn nicht. Das ist jetzt wohl ein Remix von Dragon Ball GT. Ich muss gestehen, ich habe noch kein einziges Mal geschafft, Dragon Ball mehr als mit Folgen zu gucken. Und zwar nicht, weil ich es nicht will, sondern eher... Ne? Weil es die Folgen nicht wirklich gibt. Und ich daher nicht weiß, wo ich sie gucken sollte. Und deswegen... Hatte ich momentan noch keine Chance... Überhaupt ins Dragon Ball... Dragon Ball... Äh, Dragon Ball Universum einzutauchen. Tauch. Ah, witzig. Nein, ähm... Aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Hm, ich bin grad hier am überlegen. Ja, ich mach das jetzt mal. Also die Musik, die ich da untergeladen habe, ist gewöhnungsbedürftig. Aber sie ist ganz okay. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Hm. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich bezweifle es ja irgendwie. Das Dragon Ball Universum ist zu groß. Ah! Ah! Ich kann so machen... Ah, ich kann so machen. Ah, ich kann so machen... Ich weiß noch nicht, wie ich hier ein zweitrittes Stopp-Reck machen soll. Und schon weiß ich's. Also die Musik ist gut, wie der Anime ist, keine Ahnung. Es schreckt mich alles ab, was die da alle erzählen. Zum Beispiel, dass die, keine Ahnung, 16 Folgen sich am Verwandeln sind. Das brauch ich echt nicht. Nein, ich mach das jetzt nicht lauter, sonst lass ich mich von der Musik ablenken. Und schon ist es passiert. Nein. Oh Gott, ich bin aber voll verschnupft. Ich hoffe, das merkt man nicht zu sehr. Doch, das merkt man zu sehr. Ich weiß es doch genau. Ich weiß es doch genau. Gib zu. Gib doch einfach zu. Ja, okay. Das sieht geil aus. Das ist so ein voll episches Treppenhaus. Das ist voll episch. Äh. So. So. Wir brauchen mehr Treppen. Wie viel brauchen wir denn noch? Ähm. Eins. Zwei. Drei. Gut. Hab ich da noch drei? Nö. Toll, jetzt hab ich schon wieder eine zu viel. Boah. Boah. Ah. Alter. Moment. Äh. Wie mach ich das denn? Also hier. No. So. Ich spiel momentan auch Castlevania Dawn of the Dawn of Sorrow. Für den DS. Ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Ich, ich, ich kenn's übrigens nicht. Ich spiel das blind. Also, ich find das Castlevania, ähm. Das ganze Castlevania Dawns ist für mich ein bisschen. Wie soll ich das umschreiben? Es kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Au. Es kommt davon, wenn man überlegt und sich dabei bewegt. Oh, es hat sich geräumt, Junge. So. Nein. Ihr kommt auch weg. Hier kommt auch weg. Au. Äh. Genau. Aber in dem Fall machen wir es per Stilmittel so. Komm her. So. Ach, das sieht doch scheiße aus. Das ist doch Bullshit. Weg. Weg. Alles weg. Bloß weg damit, ey. Das brauch ich jetzt hier gar nicht. Ich will, ich will, dass es hier anfängt. Dann könnten wir es eigentlich so machen. Aber da verbinden sich die Zäune damit. Das find ich auch kacke. Da hab ich ne andere Idee. Mal schauen, ob die wat taugt. Wie wollte ich das jetzt genau... Ähm. Wie wollte ich das jetzt genau... Wie wollte ich das jetzt genau... Dann würde ich jetzt einfach... Äh. Nein. Nicht Sticks. So. So. Genau. So. Komm, ein bisschen lauter. Auch wegen euch. Aber was mach ich denn da? Goddammit. Äh. Das wär doof. Das sähe nicht gut aus. Verdammt.